Sie ist das beliebteste Weltraum-Abenteuer aller Zeiten. Sie ist einer der bahnbrechendsten Filmreihen in der Geschichte Hollywoods. Diesmal wird uns niemand aufhalten. Sie eckrippt die Fantasie der Menschen mit unwiderstehlicher Kraft und ließ drei junge Künstler über Nacht zu Superstars werden. Aber die Star-Wars-Saga hat nicht nur die Art, wie wir Filme sehen, verändert, sondern auch, wie Filme gemacht werden. Was als eine Weltraumoper begann, wurde zu einer Erfolgsstory, welche die wildesten Träume übersteigt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ... ... ...